Machen Sie mit und gewinnen Sie 500 Extrapunkte. Bei unserer aktuellen Aktion sind Sie gefordert. Drehen Sie ein kurzes Selfie-Video und beantworten uns darin folgende Frage. Was wünschen Sie sich von einem perfekten Maklerpool? Zum Beispiel. Ich wünsche mir von einem perfekten Maklerpool, dass er mich im Tagesgeschäft unterstützt und, wenn ich Fragen habe, jederzeit für mich zur Verfügung steht. Das Video ist fertig, dann gehe ich jetzt mal auf die Vorfinanz-Facebook-Seite und schaue nach dem Post des Video-Wettbewerbs, klicke drauf, es öffnet sich eine neue Seite und ich sehe noch einmal die Beschreibung der gesamten Aktion, klicke auf Weiter und kann jetzt mein Video hochladen, indem ich auf Teilnehmen klicke. Suche mal ein Video aus meiner Mediathek. Dann wird es komprimiert. Okay, das Video ist hochgeladen, jetzt kann ich noch einen Titel eingeben und eine kleine Beschreibung hinzufügen. Mit einem Klick auf Weiter komme ich zur nächsten Seite und gebe dort meine persönlichen Daten ein. Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und klicke auf Weiter. Ich bekomme noch einmal eine kurze Übersicht meines Videos und eine kleine Vorschau und nachdem ich auf Teilnehmen geklickt habe, bekomme ich eine Bestätigung und sehe auch, dass mir 200 Punkte auf meinem Three-Circles-Konto gutgeschrieben werden. Jeder Teilnehmer erhält 200 extra Punkte auf seinem Three-Circles-Konto gutgeschrieben. Die Top 3 Videos mit den meisten Likes erhalten extra Punkte. Der erste Preis 500 Punkte, der zweite Preis 300 Punkte und der dritte Preis 150 Punkte. Wir freuen uns auf Ihre Videos. Machen Sie jetzt mit! Vielen Dank, danke, from Vielen Dank.